So, jetzt 15 Uhr Platz. Ich klebe noch ein M14. Hallihallo Leute, willkommen zurück beim Red Talks für unsere Let's Play NASCAR Hit 4. Neue Folge für euch. Und wir sind direkt in Bristol. Ja, wir starten in Bristol direkt die Freitraining. Machen wir jetzt auch gerade. Und mal sehen, ich hoffe, dass ich mal einen guten Start mache. Nicht so wie die letzte Rennen. Ja gut, die letzte Rennen war schwierig. Da muss ich auch zugeben, da man auch will sehen, dass der Streck war auch nicht so besondere für mich. Aber diese Streck, ja, Bristol, das war, das ist eine gute Streck für mich. Hierher habe ich schon gute Erfahrungen mittlerweile besammelt. Aber nicht so wie jetzt gerade. Da war ich gerade voll dabei, die ganze Reifen und Autos zu erwischen, weil ich war zu schnell. Aber gut, ich werde sagen, ob langt die Freitraining. Das ist sowieso wegen das Geld, dass ich mal diese Freitraining mache. Ich weiß nicht, ob ich keine Freitraining bekomme, ob ich Geld bekomme. Aber das ist immer noch 239 Dollar. Es ist immer was zu nehmen, oder? So, oh, Qualify. Ah, ich habe nicht die Qualify gemacht. Oh je, oh je. Okay, ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay, es tut mir leid. Dann wäre das wieder eine Herausforderung für mich. Ja, so wie in die letzte Rennen sowieso. Da war ich auch nicht, nicht ein guter Start. Okay, weil jetzt, hoppla, Bewegung, jawoll, Red Dogs kommen. Ich schiebe sowieso jetzt alle. Ich schiebe mich immer. Ich sage mir auch, warum schiebe ich auch nicht die andere. Wow, 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 wow. Ich war auch gefährlich. Egal, egal, egal. Aber ich merke auch, dass meine Fahrzeug hat auch mehr Power auf dieser Strecke. Ah, mit mehr Leistung. Das ist Tag und Nacht. Das ist auch was Besonderes in dem Spiel. So, hop, hop, hop. Der 13. Bewegung, ich bin auch viel zu schnell für dich. Oh, oh je, oh je. Aber ich habe Glück. Ich bin auch nicht so komplett raus gewesen. Okay, aber der macht Probleme und ich mag das nicht. Jetzt ist die Probleme weniger. Okay, jetzt. Das ist unsere Freundin, Korbe. Aber es tut mir leid, Korbe. Ich bin auch gewinn. Ah, nein. Ah. Ja, ich habe euch gesagt. Komm, ist meine Freundin. Ja, wo ist meine Freundin? Ja, 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 ja. Das ist aber frech. Die wollte nicht, dass ich überholen sie, oder? Moment mal. Jetzt komme ich dran, aber... Das war auch nicht so gut von Sie, ja. Hallo, ich habe auch gesehen, das war Platz. Ja, jetzt muss ich wieder alle schieben und die machen die Tür zu. Ja, klar. Wir haben auch gesehen, dass ich war auch viel zu schnell. Und da denken die auch alle, oh, nein. Lassen wir auch nicht die Red Dogs vorbei. Weil der ist viel zu schnell unterwegs. So, aber jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Das war auch stark von mir. Korbe habe ich sowieso jetzt überholt. Okay, okay, jetzt komme ich dran. Zentrum Platz. Ja, die schieben, die schieben mich auch. Oh, was ist los? Ah, weil ich habe die Mauer getroffen. Okay. Ah, ja, 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 ja. Gut, ich habe auch nicht zu der Mauer direkt getroffen. Das hat ein... Bestimmt wieder mich... Okay. Jetzt noch zwei Runden. Ich hoffe mal, dass die werden auch... Platz machen, bis das ich komme dran. Ah. Ah, nein. Ah. Weg. Ah, nein. Ja, das war gefährlich, was der hat gemacht mit mir. Das war gefährlich. Zu Glück. Ja, aber ich verliere auch Platz. Nein. Zentrum Platz, immer noch. Okay. Okay. Wow. Aber die... Die Kurbel ist jetzt weibster Platz. Haha. Ich habe sie gezeigt jetzt, wie das funktioniert. Ja, hallo. So, aber jetzt... Der hat mich auch voll geschoben. Ja. Und schon wieder jemand... Ah. Was soll das? Das ist ein Rennen mit Nerven jetzt. Haha. Okay, jede Auflage. Zentrum Platz. Wenn da ist... Aber wer ist das? Ah, das ist der Boss... Ja, ja, ja. Lass mich nicht vorbei, ja. Trotzdem. Hey, ich habe ihn überrollt! Ja, noch einmal, bitzt. Ja, warum? Ja, ich habe den auch nicht geschoben, oder? Hahaha. Hahaha. Haha. Was ist das für ein Rennen? Chaos. Ehrlich. Gut, ich habe trotzdem einen Platz gut gemacht, neunter Platz. Gut, jetzt ist der letzte... Scott ist vor mir, ja gut, aber der... Nein, der Bess... Ah, Ratner ist jetzt da, okay. Gut, jetzt... Tut mir leid, Leute, ich kampf. Nein! Ah, und die Rennen ist vorbei. Einer hat mich auch voll erwischt. Ah, nein. Ärgerlich. Elfter Platz am Ende. Ah, ich war noch in dem Top 10. Ah, ja, 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 okay. So viel Adrenalin gewesen. Gut, ja, was soll ich sagen? Ich habe trotzdem gut gekämpft von der letzten Platz. Bis die... Ah, ja, 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 okay. Ah, da bekommen wir trotzdem 5.000, ja. So, ich bin drüfter Platz. Ist auch nicht schlecht. Für... Auf die Wertung, okay. So, wir treffen uns wieder... nach dieser Rennen. So, das Geld stark. Sie sehen auch, fast 70.000. Und wieder 18-Fan auf einmal. Ja, weil ich habe eine große Nummer gezahlt. Okay. Ich habe auch... Leider nicht der... Sponsor erfüllen. Ja, Lula Cobb. Ah, ich kann sie auch... ein Provokations-Send, aber ich mache das nicht. Ich will auch zufried sein mit allen. Wo sie hat mich auch geschoben. Sie haben ein Auge gesehen, he. Ich wollte sie überholen und hopp. Weg. Red Dogs soll nicht vorbeikommen. Ah, sowas frech. So, jetzt erwarten uns... Oh, wir haben... noch einmal eine... Dirt-Rennen und dann eine Truck-Rennen. Okay, das werde in die nächste... Part kommen. Okay. Erstmal machen wir diese... Naste Dirt-Rennen. Jefferson, Taggart. Okay, das kommt Texas. Jefferson, Taggart. Okay, ich will das ganze Geld haben. Ja, Geld ist Geld. So. Jetzt kommt Texas. Was ist das? Äh, ich will keine neue... Mitarbeiter heranstellen. Das ist eine Shot-Trick. Okay. Okay, Start Work. Accept. So, jetzt... Ah, da ist auch nicht so viel kaputt dran. So, die haben das gut... Äh... Äh... Das Fahrzeug zusammengestellt. Okay. Wir treffen uns dann im... Äh... Texas. Bis gleich. So, wir sind jetzt in Texas. Willkommen, willkommen. Jetzt... Äh... Freitraining, jawoll. Da machen wir mal eine Runde. Mehr nicht. Ohla, ohla, ohla. Da habe ich auch fast... Die andere Fahrzeug... Berühren. Aber... Hierher ist auch wieder... So eine Sache. Mit dieser Oval, ja. Dass ich sollte auch... Unbedingt sehen, wo ich könnte auch... Überholen und nicht überholen. Jawohl, der hat mich auch geschoben, ja. Okay, aber... Dazu... Schluss. Das sollte man auch... Ich will sowieso nur eine Runde machen. Mehr nicht. Weil... Es bringt auch sowieso nicht... Diese Freitraining. Äh... Nein. Äh... Okay. Aber ich muss... Aufpassen, dass... Ich mache auch genau die Qualifikation. Weil... Die Qualifikation habe ich... Einmal übersprungen, wieder. Und... Sie sehen auch, dass... Danach mit der Qualifikation... Wenn man... Nicht starten die Qualifikation... Dann... Starten wir... Um die letzte Position... Und... Ja... Kannst du schauen... Wie das geht... Äh... Wieder vor... Vorne zu kommen. Ja... Okay... Okay... Ich habe 17 Sekunden... Ja... Schlechte Zeit... Ja... Okay... Gut... Man braucht auch nicht zu überreden... Okay... Man hat trotzdem... Äh... Die Qualifikation gemacht... Okay... Jetzt... Ich schrumpf das genau... Ein besser... Ergebnis am Endkommen hierher... Aber ich bin skeptisch... Weil... Das ist sowieso wieder eine Strecke... Der nicht so... Mit viel Platz... So viel gerade ist auch nicht... Das sind nur... Kurv, Kurv, Kurven... Und ja... Wenn ich komplett oben... Ich verliere auch in Geschwindigkeit... Das ist klar... Ich soll das... Endlich auch mal... Verstanden... Das ist einfach so... Okay, okay, okay... Lauf, K... Oh... Ich bin auch sogar... Zurück auf die Field Center Position... Okay... Ah, nein... Nein, 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 nein... Ach... Du lieber Gott... Ich war gut, ich war gut... Und jetzt auf einmal... Ja... Okay... Und die berollten mich alle... Ja... Weil ich habe die Fehler gemacht... Okay, aber jetzt... Ich versuche mal auch wieder... Hierher zu bleiben... Nein... Ah... Der 6N... Ah... Ich schiebe einfach so... Okay, okay, okay... Dann... Ich schiebe jetzt... Moment mal... Ja... Weg... 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 ja ich bin auch vorbeigezogen aber die marken das nicht da die kann dass ich kommt vorbei so die schuld dass ich bin jetzt trotzdem vorbei oder im 15 jahr oder da ist schon der 24 was macht er dass der letzte ja gut jetzt hat er eine rund und mir genommen oder ein der erste ist vorbei moment mal der erste er hat mich auch eine runde machen gut ich habe jetzt im defekt der letzte hat zwei rund er ist auch nicht so gut der ist freund aber ob der lasst mich auch gern vorbei das ist noch die frage ja okay das war auch schwierige ich werde sagen machen wir noch die rennen mit hier trotz dass wir wieder was auch zu sehen in dieser art weil die ist auch nicht so lange sich auch gerade so viel zente platz ja ich bekomme auch nicht so viel geld ja aber trotzdem ich bin 13 um die gesamte wertung das ist auch nicht so stärker so viel zente platz ok wir treffen uns wieder bis gleich so wir haben die 15 platz erreicht 3976 dollar habe ich bekommen ja und elf fans langsam richtung 200 fans und jetzt ja ok alles gut ich brauche nicht so mich zu hoch zu regnen es war eine gute renne so jetzt wir bekommen gender outdoor truck serie ok wir starten jetzt die ziel ist ich soll die top 25 erreicht und dadurch ich habe die truck nummer 50 ok ok gut ich akzeptiere so mms sie kennen das mms 200 presentat bei kc ok das ist ein neuer renner wie gesagt und wir sind im im weiß ich auch nicht mehr welche speedway war das ok erstmal freitraining und das ist auch keine toyota dieses mal ich weiß nicht was das ist aber hoffentlich der ist auch besser als der toyota mit geschweinigkeit aber ich sehe schön dass es ist auch eine ein speedway auch nicht so leicht so wie die erste es gibt schon ein kleine was ist klein das gibt auch ein gute brems passage sonst macht fliegen auch aus das habe ich jetzt gesehen ok 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 ich habe trotzdem eine gute gute freitraining gemacht goldheim ja ich war nur 100 ja ich habe mir eine rund gemacht so jetzt qualifier okay für die pole position oje oje das wäre auch kompliziert 25 sekunden gut ich muss 27 zum grund 109 dann werden wir mal sehen was ich erreiche dann werden wir mal sehen was ich erreiche wie diese so erstmal ich bin noch nicht mal an die start jetzt ok ja sie haben auch gehört dass ich bin und die gaspedal schnell raus gewesen weil ich sollte auch nicht so viel geschweinigkeit verliebe ich habe sogar die 24 platz erreicht ok nicht schlecht das war gut so jetzt mal sehen startrace ok sie haben auch gesehen das war iowa speedway ok so das sind auch super trucks das muss ich zugeben die trucks sind auch nicht so schlecht aber ich ah das ist diese truck was ich habe der nimmer 50 ok wir haben gesehen wie meine truck aussehen ok aber jetzt 26 raum sind zu machen ok hoppla ja ich bin jetzt leider zu schnell oder weiß es los sowieso am Anfang muss man auch schnell sein aber trotzdem jetzt ich bin sowieso mit dem punkt so mit dem ziel von dem team jetzt ja so siebzenter platz nicht weg ok ich schiebe ich schiebe auch leicht aber der ist nicht so schnell wie die andere aber er hat mehr stabilität mehr kontroll stabilität hat er diese truck sowieso jetzt fünfzenter platz ich klebe noch um 14 hoppla ich bin sogar auch schnell dass er muss bremsen weil ich schiebe ja ja oh je oh je das hat gekraft oder egal ich soll vorwärts kommen das ist ja noch nicht mehr ich bin schon ich bin auch ich bin auch ich bin auch Aber jetzt bin ich auch schnell wieder dran, ich wollte auch nicht so unbedingt hier herkommen. Aber jetzt auf einmal, oh der kommt wieder zurück. Ja jetzt ist jemand andere, ja ok jetzt, jetzt kommen die alle zurück auf einmal, das gibt es doch nicht. Weg weg weg, ich war 13, was soll das? Das alle kommen zurück jetzt auf einmal, nein. Und ich mache die Fälle hier zu kommen, bestimmt. Ok, ich muss. Ja jetzt habe ich, ich war gut dabei am Anfang und jetzt, was ist los? Sind die alle viel zu schnell auf einmal und ich bin langsam. Ok, aber jetzt, ja oder 20, ja, wo ist die große? Ich merke schön, dass ich bin langsam oder sind die Reifen so abgenutzt, dass ich kann auch nicht mehr so gut. Ok, jetzt, ich versuche mal auch wieder zurückzukommen, ja, weil ich habe auch zu viel verloren. Oh je, jetzt kommt der A10. Oh je, jetzt kommt der A10. Ah, naja, der hat mich überholt, der, der A10. Also, jetzt bin ich, ich war sehr stark am Anfang und dann, am Schluss, ist so wie bei der letzten Rennen, so die erste Rennen. Am Schluss, ich rück zurück. Ich weiß auch nicht mehr, wo war die Information für die Fahrzeuge. Ok, jetzt, ich versuche mal, um diesen A10. Platz zu behalten. Aber ich sehe schön, dass die sind alle sehr schnell. Ok, aber jetzt ist die Sache. Oh, ich bin gerade am überlegen, ob ich sollte nicht an die Stun gehen, so an die Box und Reife wechseln. Ah, Bewegung. Hallo. Ja, und jetzt bin ich 18, ok, 19. Ich sollte in den Top 25 kommen, hm. Ich glaube, ich gehe an die Pit danach, so an die Box. Weil jetzt... Ich verliere auch zu viel. Ok, jetzt komme ich... Ah, weg! So, aber jetzt auf einmal. Die Wagen wird wieder schneller. So, ich merke... Bewegung, jawoll! Ha, egal! Ok. Ah, bitt! Ah, fuel, hm, hm. ich bin jetzt zurück um die 31 platz aber ich glaube das wäre auch besser weil ich merke auch dass irgendwie die fahrzeug war auch nicht mehr so besser mit die reif dass ich kann auch ja gut sieben raumt okay ich kann trotzdem weiter zurückkommen ich bin sowieso jetzt wieder und die punkt zu team ziele ich bin dabei ich habe auch frische reife jetzt so neue reifen zurück sowieso jetzt an dem 20 platz ich war sowieso vorher 20 dann im defekt ich mache auch wieder die sache gut ok ok so jetzt müssen die platze bestimmen die arzende platz jahr ich habe ihn nur leicht berührt und sie haben auch gesehen, wie ist seine Pick-up, so seine Truck, der geht links und rechts, da kommt er auch wieder, der Dinden, ja man merkt auch schön, dass mit frischer, so neue Reifen, das Fahrzeug wird auch viel, viel schneller, so aber ich komme auch noch nicht mal an der 15, der Greenfield, ich glaube ich muss leider die 6. Position behalten und zufrieden sein, ja man behalten auch die 6. Position, ich glaube auch nicht, dass ich komme um die 15 vorbei, die Erde ist auch langsam, aber trotzdem ist ein guter Rennen, dann habe ich auch gesehen, dass ich muss unbedingt meine Reifen auch irgendwann auch wechseln, 6. Platz, die schlecht, und dadurch haben wir auch, so ich habe die Teams Erwartung erfüllt, so, wir sehen auch, 6. Platz, ok, war mal 10 Minuten unterwegs, ok, und dadurch habe ich auch wieder Punkt gesammelt, ok, so, wir treffen uns wieder danach, ok, 6. Platz, wir haben ca. 2500 Dollar gewohnt, und 20 Fans, ja, immerhin, ok, so, jetzt muss ich die ganze Graben wieder machen, Asyl, nein, Kompliment, Kompliment, die sind ja alle sowieso zufrieden, oder, ich habe auch keine große Fehler gemacht, haha, ok, und dann in die nächste Folge, wir gehen dann Richtung Contract Option, ok, muss mal sehen, was haben wir für Contract, ok, aber das ist alle wieder Dirt, aber ich hätte gerne nicht mehr in die Dirt Saison machen, so, ich hätte gerne das auch abschließen, ja, ok, die nächste Rennen wird Jefferson, und, ja, vielleicht haben wir, ich gucke, äh, ich schaue mir auf meine Plan, Wopplan, nein, ich weiß nicht, ob, man könnte sehen, oder, äh, der Kalender, äh, so, der Kalender, äh, my team, äh, future plans, nein, man könnte auch nicht sehen, aber gut, man könnte sehen, dass ich habe 53 Rennen gemacht, 4 Saison, 2 Top 5, 4 Top 10, und 1 Rennen habe ich gewonnen, haha, es ist auch nicht zu verkehren, ok, gut, ich bedanke mich noch viel zu schauen, und wir sehen uns in einer neuen Folge, so, eine neue Rennen mit Nazcaf, äh, äh, E4, äh, Jefferson und bestimmt, kommt noch ein paar, äh, Rennen mit Trucks, und bestimme die Dirt Saison, weil ich habe auch jetzt gesehen, dass man hat auch, äh, äh, Platz für, äh, andere Fahrzeuge, ich muss, äh, noch schauen, ja, da, da könnte man noch, äh, ein neues, äh, äh, Auto machen, oder, mal sehen, vielleicht steigen wir auch in die Nacht, in der neuen Saison, noch nicht jetzt, aber in der neuen, zukünftigen Saison, mit den Trucks, aber bleibt sie dran, ich wünsche euch alles gut, und ciao, macht's gut.